...Kastel beim Kastel sein Geld von Bedarfe, wo der Freizeit im Dorf ist, auch zum Beispiel im Dorf. Ich wünsche euch einen schönen Tag, den wir mit 1.30 Uhr aufwstenben und laben unscheln. Nun aber fix, sonst kriegen sie nichts. Ja, vielen Dank, liebe Kastel. Damit soll auch schon der Worte genug sein. Ich möchte nur noch mal das drauf hinweisen. Am 30 Uhr beginnt jeder Schießen für Kastel. Das heißt, jeder Bürger, jeder Gast hier in Bad Alzen darf hier anschließend ein Pokalschießen teilnehmen, welches wir dann so um 16.30 Uhr verhenden und um 17.00 Uhr eine Besiegerung vornehmen. Und ab 15.00 Uhr gibt es hier bei uns im Schützenhaus das Kaffeetrinken. Und ab jetzt sofort braucht es schon an unserer Lüsschenbude entsprechende Speisen und Kaffee. Kaffeele, 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 Kaffeele. Kaffeele, Kaffeele, Kaffeele Kaffeele, 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 Kaffee Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017